Ja, das merke ich. Danke. Danke für den Sachdienlichen Hinweis. Das wisst euch! Das ist mein Gebiet. Am besten noch so ein Schild aufstellen. Dieses Eigentum der Sowjetunion. So richtig typisch deutsch. Richtig schön klischeehaft. Verstärkungen sind eingetroffen. Wo? Wie? Ah, ich hab vorterkommen. Das ist schon mal sehr schön. Ja, und die Waffe, um die es sich ja handelt, äh, ja, ist die Superwaffe der Alliierten. Die, übrigens, zusammen mit der Superwaffe der Sowjets, nämlich die gerade eben schon genannt wurde, der eiserne Vorhang, beide ziehen sich bis zum Griff teils. Also auch beides eigentlich korreferendes Alarmstufe-Rot-Universum. Verstärkungen sind eingetroffen. Gerade wird mehres bisschen... Das ist Wahnsinn. Und die Großkraftwerke sind da. Yay! Super! Jawohl! Ja, Sir. Besteht sich in Ordnung. So. Konstruktion. Können wir das kleine Kraftwerk verkaufen? Dann ersetzen wir es durch ein Groß. Energieniveau kritisch. Ne, ist nicht kritisch. Ist alles gut. Ist alles im grünen Bereich. Verstärkungen sind eingetroffen. Noch mehr Verstärkungen. Ja, immer her damit. Ich nehme sie gerne... Ja, falsche Flieger. Okay. Gucken wir mal, was wir hier so schönes haben. Und da wurde eine Bombe abgeschossen. Das war der... ...falsche Miegerflieger. Falsche Miegerflieger. Sehr schön. Oh. Okay. Die sichern also die Straße. Okay. Spannend. Wirklich sehr spannend. Warum sammelst du eigentlich das Erd? Sammel doch erstmal die Edelsteine. Übrigens, immer wenn ich Edelsteine sage, muss ich sofort an Crash denken. Jetzt ist es schlimm. So. Ich glaube... Ja, sie ist da. Die Tesla-Spule. Wir können sie bauen. Und die Tesla-Spule. Sehr schön. Ziemlich teuer. Aber auch ziemlich effektiv. Na komm schon. Baller dich durch, mein Freund. Also es scheint, dass wir hier dieses Mal mehrere alliierte Gegenspieler haben. Auch das kommt durchaus noch vor. Besonders bei den Sowjets. Weil die sowjetische Kampagne... Sehr gern. Jawohl. Oh, scheiße. Das wird panzerartig. Och, ne. Der verfolgt uns auch noch. Ne. Bleib bloß weg von mir. Melde mich wie befohlen. Du bist sie. In Ordnung. Okay. Das ist wie er wird. Melde mich wie befohlen. In Ordnung. Jawohl. Ja, genau. Das ist ein Außenposten der Alliierten. Ja, Sir. Warum sammelst du, Kerl, eigentlich nicht die Edelsteine? Ja, Sir, natürlich. Ja, Sir. Ich hab's schon mal zerlegt. Oh. Ja, Sir. Das sind die blaue Flecken. Ja, Sir. Das gibt's sogar mehr als blaue Flecken. Blöde Fliege. Ich hab hier schon wie eine Fliege hier drin rumschwirren. Ist ja jetzt die Jahreszeit, wo sie jetzt diese ganzen Insektenviecher reinkommen. Ja, Sir. Bestätigt, bestätigt. Die Fliege ärgert mich. Die trollten mich schon die ganze Zeit. Ist ja furchtbar. Ein Mann. Ein Part nur für die Fliege. Bereits zum Einsatz. Ja, Sir. Ich wollte dich hier nicht drin haben. Welde mich wie befohlen. Welde mich wie vor. Welde mich wie vor. Da kommen nämlich nur Sammler rein. Ja, Sir. Nehmen wir die mal mit. Drei Jungs sollten ja ausreichen gegen zwei Bazookas. Ja, Sir. Er als einer gegen drei. Er warte ihre Befehle. Ja, Sir. Dann gucken wir uns erstmal in der Gegend ein bisschen rum. Bestätigt. Ja, Sir. Welde mich wie vor. Ob wir heute eine steht da und macht erstmal Schiff raus. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, ist doof, dass er jetzt noch an dem Schiff steht. Das ist echt blöd. Okay. Wir haben sie kaputt gekriegt. Das ist ganz gut. Schreitet weiter voran, Jungs. Sehr gern. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. Sofort. Ja, Sir. Melde mich wie vor. In Ordnung. Melde mich wie vor. Fuck. Dafür werden auch meine gleich gekillt. Toll. Okay, die Edelsteine sind schon mal erledigt. Ja, stimmt. Das ist ein ziemlich kleines Sammelgebiet. Das stimmt. Daran erinnere ich mich. Das ist ziemlich gut. Dass das Sammelgebiet hier extrem klein ist, leider. Ist wohl richtig. Ja, also wie gesagt. Insgesamt kann man tatsächlich sagen, dass die sowjetische Kampagne auch einiges schwerer ist als die Alliierte. Aber auch das zieht sich fort, außer im dritten Teil. Weil da finde ich eigentlich sind alle Kampagnen ziemlich einfach. In Ordnung. Muss ich echt sagen. In Ordnung. In Ordnung. Ihr bleibt hier, Freunde. Wird gebaut. Hier geht's. In Ordnung. In Ordnung. Beziehungsweise Genossen. Sehr gern. Aha. Jawohl. Diebeinheitig. Tötet sie. Oder grätsig. Jawohl. Von mir ist auch das. In Ordnung. Hauptsache sie sterben. Wie ist mir egal. Hauptsache sie sterben. Einheit bereit. Wir haben ein paar Panzer. Meldet mich bestätigt. Oh, nö. Jetzt kommt er auf. Ja, Sir. Was ist hier? Schwert euch doch. Ja, also bestätigt. Meldet mich, wie bestätigt. Ich muss euch nicht alles bieten lassen. Ja, also bestätigt. Was hat die Rote Armee? Ja, Sir. Oder Anhänger der Roten Armee. Meldet mich, wie auch immer. Armee angehörige. Sehr gern. Ja, Sir. Stetigt. Bestätigt. So. Meldet mich, wie befohlen. Weck der Puste. So, dann schauen wir uns erstmal weiter um den Zivilistengebiet da. Ja, Sir. In der zivilen Zone, ne? Von Elba. Bestätigt. Einheit. Bestätigt. Ja, also bestätigt. Als erstes machen wir mal die Kirche platt. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, ich glaube jetzt mal stehen auf Elba rein und schon ist die Eurung. Bestätigt. So ist es. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Na, komm schon. Wir haben es gemacht. Ich schaffe es nicht mal zum Zivilisten kalt zu machen. Bestätigt. Ja, jetzt hat er. Uuuh, was war los? In Ordnung. Hier, Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Keine Credits? Jetzt bin ich aber enttäuscht. Ich melde mich wie befohlen. Jawohl. Das ist böse. Keine Credits drin zu haben. Ich bin... Das ist echt böse. Okay, wir haben ein kleines Problem. Wir haben keinen Erz mehr. Wir brauchen aber Erz. Und ansonsten können wir nicht produzieren. Was ist denn da? Bestätigt. Hier, Einsatzfahrzeug. Hier, Einsatzfahrzeug. Hier, Einsatzfahrzeug. Hallo. Oh, Scheiße. Hier, Einsatzfahrzeug. Hier, Einsatzfahrzeug. Ja, Bestätigt. Bestätigt. Ja, Sir. Warte hier, bis hier, bis hier. Oh, sind meine Sammler jetzt da hingefahren? Was wollt ihr hier? Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Scheiße. Ah, Mann, ist das nicht verloren. Nein, bitte. Nein, bitte. Bestätigt. Melding, bitte. Wir brauchen Erz. Wir brauchen dringend Erz. Jetzt haben wir gleich ein Problem hier. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. Bestätigt. Oh, Scheiße. Aber hier ist der Gehörter. Das war klar. Ja, Sir. In Ordnung. Melde mich wie bevor. Wir brauchen dringend Erz. Wo ist Ihr Erz? Guck das Erz raus! In Ordnung. Bestätigt. 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 Wo ist das Erz? In Ordnung. Ja, Sir. Wie weit ich mich entferne, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich hier kein Erz... Oh, Nö. Na toll. Ein Nienleger. Na ganz doll. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt schon ein bisschen frech. Und ich versuche hier direkt vor meine Nasen eine Niene zu legen. Ich wäre ein bisschen sehr frech. Erwarte Ihre Befehle. Ach, da ist auch noch ein bisschen Erz. Dann sammelt doch erst mal das, Mensch. In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle. In Ordnung. Bestätigt. Ja, Sir. Stetigt. Trotzdem müssen wir nach einem neuen Erzfeld suchen. Bestätigt. 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 Dann müssen wir erst mal mit diesen 5 auskommen. Alter, ist das ein schönes Erzfeld. Ich wandte. So. Bestätigt. Mist. Irgendwas steht bei mir gerade unter Beschuss. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt muss man eine Radarzentrale bauen. Ich muss noch, dass was hier los ist. Bestätigt. Hier Einsatzfahrzeug. Alter, ist das ein Erzfeld. Ist das geil. In Ordnung. In Ordnung. Cool. In Ordnung. Wie dreist ist der denn das mal? Das ist schon mutig. Oder frech. Bestätigt. Kann man sich aussuchen. Das ist echt frech. Bestätigt. Ja, Sir. So, hier macht den Starr weiter. Wieso rauchst du eigentlich? Da raucht der Fahrer einfach so. Nichtraucherauto. Nein, Spaß. Alles gut. Alter. Danke. Ich hoffe, dass das Feld nicht vermint ist. Ansonsten habe ich gleich ein Problem. Ja, Sir. Bestätigt. Ach so. Das ist die... Ah. Okay. Ich verstehe. Das ist die zivile Garnison anscheinend. Also die Garnison von Elba. Okay. Aber leider ist hier keine Kohle. Das finde ich nicht gut. Ich brauche Kohle. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, Sir. In Ordnung. Ach, das ist wie diese christliche... Diese kirchliche Musik. Bestätigt. Was macht der denn was? Ach, das ist... Ja, Sir. Ja, okay. Ja, Sir. Bestätigt. Meldung. In Ordnung. Natürlich. Ich weiß nicht, das interessiert sie einfach mal so. Ja, Sir. Die ignorieren das einfach mal gekonnt. Ich speichere das einmal eben unter Glück. Einsatz. Ich nehme übrigens wieder zwei Stunden am Stück auf. Bestätigt. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. Und damit ist das Thema schon erledigt. Ihr Einsatz war zu in Ordnung. Bestätigt. Du melde mich in Ordnung. Mach die Vorposten kalt, bitte. Wird gebaut. Stimmt, Frieder. Ja, Sir. In Ordnung. Hier eine Ordnung. Er ist die Waffe von richtig. Ja, Sir. Bestätigt. Ach, das sind Atrafen. Okay. Alles klar. Ja, die Alligierten haben dank des Add-ons... Es gibt ja zwei Add-ons, nämlich Vergeltungsschlag und noch einen. Dadurch sind nämlich bestimmte besondere Sachen dazugekommen, wie zum Beispiel Attrappen bei den Alliierten. Und das gerade eben war nämlich eine. Und das ist auch eine. Ja, Sir. Bestätigt. Das waren Attrappen. Ja, Sir. Das heißt, wir haben den Außenposten schon erledigt. Ja. Das ging ja schneller, als ich dachte. Wird gebaut. Dann werde ich jetzt erstmal... Genau, ich brauche erstmal ein Flugfeld zu reichen. Vieles mittel. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Hui. Das ging nie ab. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Aller. Erz geht ab. Okay. Ja, Sir. Einig. Erz geht ab. Ja, meine Panzer werden eh mehr weniger. Das sehe ich auch so. In Ordnung. In Ordnung. Abgeschlossen. Nicht gut. Neue Bauoption. So. Brauchen wir nochmal ein Großkraftwerk weiteres. Ja, Sir. Geht euch bitte erstmal zurück. Okay. Das war ja schon mal ein bisschen wahr. Ach, da ist schon noch ein Zivilist. Okay. Ach, das ist die Sonntag-Barriere, die gerade platt gemacht wird. Okay. Wird gebaut. Haben wir wieder die zwei... Ja, die dritte Aktion ist dazu gekommen. Ja, ihr seht richtig, wir können jetzt Fallschirmbomben abwerfen. Hat nur einen verheerenden Nachteil. Ist extrem unpräzise. Extrem unpräzise, leider. Was sehr ärgerlich ist. So. Ja, Sir. Ich glaube, wenn ich gleich das zweite Großkraftwerk habe, sollte ich mich erstmal darauf konzentrieren, eine Werkstatt zu bauen, wo ich habe einige Panzer, die fast schrottreif sind. Und ich will sie ja nicht verschrotten, ich will sie ja behalten. Ich glaube, die nächste Mission von nach Elba, die ist, glaube ich, auch ziemlich heftig. Wenn ich mich richtig entsinne. Kann aber auch sein, dass ich mich gerade total irre. Dann bauen wir erstmal eine Werkstatt, die ist zwar ziemlich teuer, aber auch ziemlich effektiv, finde ich. Wird gebaut. So, gleichzeitig bauen wir nochmal einen weiteren schweren Panzer. Da wir ja Spionageflugzeug haben, können wir ja auch schön die Gegend erkunden. Und wo sich danach das Gebiet dann wieder verschließt, wissen wir, dass da seine Basis steht. Also meistens ist das so, dass die Alliierten Schattengeneratoren haben in den Kampagnen. Ich betone meistens, das ist nicht immer. Klasse. Super. Das ist so ein Arsch. So, der greift ja genau da an, ey. Toll. Yo, klasse. Da war es nur noch einer. Tolle Kiste. Ist also verminen. Klasse. Die Art von Bestätigung hätte ich auch verzichten können. Danke. So, wenn er jetzt das zweite Sammler gleich nämlich noch draufkriegt, darf ich gleich neu laden. Das wird ziemlich kacke. Melde mich wie befohlen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ja, also die Alliierten haben definitiv die Anti-Panzer-Minen. Ja, Sir. Das heißt, die Sowjets haben die Anti-Personen-Minen. Alter. Ihr Einsatz in Ordnung. Ja, das war klar. Ja, 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 ja. Ja, doch. In Ordnung. In Ordnung. Ich lade mal eben neu. Einsatz geladen. Danke. Und natürlich ist wieder mal die Musik weg, wie so oft. Das ist total nervtöten, dass die Musik immer gleich weg ist. Das ist so scheiße. Äh, okay, dann wollen wir jetzt erst mal in die Werkstatt. Ich weiß auch leider nicht, ob man mit den Minensuchern feindliche Minen finden kann. Das weiß ich leider nicht. Ihr fahrt mal bitte hoch. Hier ein Savarion-Befehle. Erwarte ihre Befehle. Wo ist der andere? Der will da mit durch... Du bist doch bescheuert, ey. Du willst da genau mit dem durchfahren. Erwarte ihre Befehle. Wäre ich denn nur von Idioten umgeben? Also im Spiel. Ja, und dann war uns. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. So, die meisten meiner Panzer werde ich mal mitnehmen. Müssen. Erwarte ihre Befehle. In Ordnung. So, hier fahrt man da hin. Der fährt doch bestimmt wieder. Natürlich fährt er da voll durch. Mensch, ihr sollt doch nicht da durchfahren, Leute. Da draußen chillt man. Ja, Sir. Der wäscht möglichst keine Minerons geht. Wäre äußerst reizend. Ich weiß gar nicht, kann man die Felder auch zerstören? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Also diejenigen, die... Die kommen eigentlich im Kopf, weil ich schon ein bisschen länger kennt. Ich bin immer das Minenfeld mit. Ich bin mal gespannt, ob das auch so vermied ist. Ich sitze alle so weit weg, ey, von meiner Basis. Das ist so scheiße. Es ist echt blöd, dass man kein freies MDF zur Verfügung hat. Sondern, dass man gleich direkt einen festen Stützpunkt hat. Dann muss ich kurz mal aufstoßen. Entschuldigung. So, dann werde ich gleich erstmal einen Großkraftwerk bauen. Danach muss ich nochmal das Schluckfeld bauen. Ich bin leider blöderweise wieder weggefallen. Ja, ja, ist alles nicht so einfach, ne? Ich glaube, kann man auf der Brücke tatsächlich Gebäude bauen? Ich weiß es gar nicht. Auch das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Trick hier mit dem Mauer nicht funktioniert. Das weiß ich. Der funktioniert hier tatsächlich nicht. Also, die Entwickler haben tatsächlich aus Tiberio-Konflikt gelernt. Leider. Weil bei Tiberio-Konflikt funktionierte nämlich der Trick, dass man eine Mauer vor die andere setzte und dann konnte man Gebäude da hinzimmern. Das war ein ziemlich cooler Trick, aber den haben sie hier leider, äh, ausgeschaltet. Sag ich mal so. So, hier einigt euch, wer als erstes abliefert, ja? Danke. Ich dachte, die streiten sich jetzt 50 Jahre, darum, wer jetzt als erstes und wie und wann und warum und weshalb. Das kenne ich nämlich auch nur zu gut, dass ich die Sammler erstmal darum klopfen, wer als erstes abliefert darf. So. Ich würde ja am liebsten eine Tesla-Spule bauen, aber ich habe blöderweise kein Geld momentan. Ich brauche Panzer. Und das ist das Ding. Ich brauche Panzer. In Ordnung. Alter, das ist so ein geiles Feld, ey. Da hätte ich gerne meine Basis in den Medien gezogen. Das ist so richtig schön hier mittendrin. Das wäre schon geil gewesen, aber nein, ich kriege meine Basis hier. Ganz toll. Egal. Ich kann doch den V2 gegen die Ansammlung von Truppen einsetzen, Mensch. Fällt mir gerade mal so ein. Ja, ich weiß, alliierte Gebäude und Einheiten vernehmt. Ich weiß, ich weiß. Ich kann ja irgendwie schon mal das Flugfeld in Auftrag geben. Wird gebaut. Auch wenn ich keine Kohle habe. Erwarte Ihre Befehle. Saha. Mahasana. Ich erhöhe jetzt vorsichtshalber nicht die Geschwindigkeit, weil ich habe nämlich das Gefühl, dass damals beim Tiberien-Konflikt eben das auch gerne mal zum Absturz geführt hat. Eben diese erhöhte Geschwindigkeit. Und damit können ja so manche Spiele nur bedingt umgehen. Ja, Sir. Ich muss das angreifen. In Ordnung. Das scheint nicht so gut zu sein. Ja? No. In Ordnung. Okay. Okay, dann müssen wir erstmal warten, bis die ankommt. Die U-Boot, den lasse ich erstmal stehen. Solange ja keine alliierten Schiffe hier vorbeischauen, kann ich die auch ruhig stehen lassen. Gut. Der nächste Panzer, bitte. Vielen Dank. Dann bauen wir noch ein Panzer und dann einen Raketenwerfer, weil dann kann der sich nämlich auf die Scheinbasis da stürzen. Konstruktion. Ach, jetzt kommen wir hier diese... Ah, Musik. Glaube ich. Bitte warten. Was? Ja, Sir. Wie? Wo? Zeit. Wo denn? Ich habe Schussgeräusche gehört, aber ich weiß nicht, woher. Auch toll. Das war so klar. Na super. Okay, Panzer, ich muss euch leider zurückholen. Scheiße. So ein Scheiß kann ich mir ja nun wirklich nicht leisten hier. Oh. Das ist so scheiße, ehrlich. Mann, wie kann man die Felder bloß so beschissen setzen? In Ordnung. Alter. Ernsthaft. Komm, ich brauche erstmal eine Tesla-Spule. Mann. Das ist doch der letzte Randzieher, ey. Ehrlich. Ich dachte, der fickt sich auf meinen Panzer, ey. Das wäre es echt gewesen. Ah. Da kann ich mir ja nun echt nicht leisten. Mann. Ein Kram. So, er konnte es erstmal da. Ja, ja. Ja, der hat doch schöne Edelsteine und das alles. Ich komme da natürlich nicht ran. Ein Halt. Oh. Konstruktion abgeschlossen. Aber wenigstens habe ich schon mal eine Tesla-Spule. Ich hoffe, die hält dann auch. Die muss halten. Gut, also das einzige von den Vorposten, was echt ist, ist das Kraftwerk, die Kaserne und dem, der Bunker sowie das Geschützturm. Alle anderen Sachen sind unecht. Ja, ist in Ordnung. Ja, Sir. Ich sehe da eine dicke, fette Armee auf mich zukommen. In Ordnung. Der Papa hat ja eine Tesla-Spule und noch ein paar Panzer. Ich hoffe, das reicht auch aus. Ich habe nichts. Das ist mein Problem. Ja, Sir. Okay, das war's. Toll. Hat sich echt gelohnt. Klasse. Alter, ich kriege hier so auf die Fresse gerade.